3 3 trotzdem folgen wir haben es für zwei wochen content gemacht ich weiß gar nicht wie schnell das alles schneiden soll jetzt zusammen wenn ich drei monaten ein video produziert krieg aber na gut meint es auch ein bisschen aufwendiger als sein aktiviert von markus abnägen macht ja kein leicht live stream wie nennt man das highlight vielleicht macht trotzdem highlight aber nur als folge also als folge ohne hat man sich erst mal random einfach im fall schon ab achten ja ich glaube ich habe kloppt aber der war war ja klar dass ich nicht alleine bin und wo denn er schießt aus hunderten von kilometern marcos weg aus dem auto leute ist mir scheißegal wegen dem punkt zusammen Nein, ich hab den auch gerade umgebracht. Trotzdem habe ich mich überwohlen. Das war trotzdem sogar Hilfe. Jetzt fragt uns mal, was ich hier mache, ja? Nee. Nee. So ein Penner. Aber schön vom Dach weg. Oh! Hast du Glück gehabt? Ich bin so eklig, Alter. Ich bin hier auf dem Dach und snipe einfach. Was ich die ganze Zeit mache. Echt, du auch? Jetzt habe ich Markus eben schon weggeholt. Aber sehr sauber. Aber sehr sauber mit dem Headshot. Scheint, das ist nicht auf null Punkte auch immer noch. Weil es aber gerade ziemlich witzig ist, die Leute einfach unten abzufucken. Ja, richtig, sehe ich auch so. Achso, das war keine, okay. Was ist mal hier? Lol. Der hat den Typen auf dem Dach geholt. Alter, seid ihr denn dämlich? Ich will doch jemanden ganz anderen, Mensch. Lass mich da mal in Ruhe. Meine Fresse, Alter. Hör auf mit der Pisse. Na, ich hab auch von dem Teuf. Na, ich hab' auch von dem Teuf. Hau! Wie hast du den geholt? Wie? Marco, äh, Markus, der Karte, äh, Kevin, der Karte in denen. komischen er ist der nächste was jetzt steht der auf dem dach und holt sich die leute die ganze zeit ja wirklich gerade aber er hat mich jetzt vom boden nach scheitert bin ich hier unten Ui 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 Oh der Kämpfer Du ekehafter Hund Wissen der Wer sitzt hinter so ner Bande Oh das warst du? Aua Aua Edgar Davidson Du haben keine Ehre Haua 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 Hau Haua D biru drum von gegenüber markus jungen bis ich habe noch gewartet aber hat den punkt bekommen ja gut darauf wollte ich warten ich weiß jetzt nicht dass du dahin fährst du sag junger alter das kann ich sein alter schau dir die waffe ins gesicht interessiert ich ein schuss bin tot wer ist da oben auf dem dach ja 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 ich habe mir gefahren zu lagen ich habe black tiger erwischt in der luft ja sicher nein nein man sollte gerade so schön mit weg fliegen das ist nicht wahr auf den scheiß kopf gezielt habe ich auch getroffen hatte null interessiert ein scheiß glück hast du ein scheiß glück da unten ich habe da kommt ein bisschen verziert weil du gerade im moment die kopp bewegt das aber so gerade getroffen habe es abgekriegt schon hier noch hätte ich einen punkt ja der flexion steht von ganz unten naja da steht oben auf dem dach auf dem dach drauf ja das bleibt ja die ganze zeit mich versuch von dach auf welchem dach neben dem großen tower im großen tower wird sie da oben links oder wo die antenne wo die antenne drauf ist daneben ist ein gebäude also rechts daneben ist etwas kleinere ja da steht ja drauf ja genau auf der karte ein bisschen such dir was anderes markus haupt da jetzt will ich hier oben sehe ich aber nicht also sich auf dem gebäude naja dem könnten ja nicht mehr ganz klein war doch habe ich in der handhaft erstattest du sagst du holst mit denen und alles darum und dann kommst du erst mal an und holst mich das typische die guckung kommt alter gar mein gott zweiter 6 er hat ja wenigstens gemacht aber doch ein guter abkürt aber da hat es sich für eine gute frage und aber das war trotzdem kent ich war trotzdem die so euer modus da müssen wir so mit häufiger mit dem wo du bist du bist du bist du bist du bist du bist kann ja dann mal wieder eine playlist das stimmt nicht so wenn es den sonntag klappt aber da ist allerdings nicht da ich bin nicht da leider alles gut schauen also ich denke wir schon dass wir jetzt sind wird auch aussetzen materiale ja aber schade weil gerade da habe ich so viel zeit ja dann gucken wir mal wie gesagt ich weiß auch noch nicht wie es bei mir aussieht ich muss ja auch gucken ob ich arbeiten muss oder nicht ja Das war's für heute. Ja, man braucht das lange. Also, ich bin schon wieder draußen. Ja, ich bin immer noch im Ladebüttel gewesen. Ich bin mal bei einem... Nee, das habe ich jetzt nicht. So. Na dann. Warte, ich... Sage ich mal, dass Kev Gaming ein Arsch ist. Ich bin nicht klar, ob ich da genau so. Ja, aber ich habe noch nichts. Es wird echt schon auf der Gang, du dumm. Der Laut ist trotzdem hoch. Der hält acht Raketen aus. Das war's für heute. Richtig! Richtig. Richtig. Hey, ich habe... Wir haben es beide weggeholt. Er ist trotzdem jetzt explodiert. Ja, weil ich auf der Auto geschossen habe. Ich glaube, er wollte sich verabschieden, aber jetzt ist es wieder ein Krieg geendet. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Der ging getötet. Nein, alles gut. Dann machen wir zwei Jahre. Warte, kämpflich, kommen zu dir. Ja, ja, hau ab mit den Scheiß. Ich weiß genau, was du hast. Nein, ich habe meine Waffen weggepackt. Alles gut. Ich habe keine Waffen in der Hand. War auch wieder scheiße. Ich würde nur einpacken. Ja, ja, du würdest es einpacken. Ja, auf Wiedersehen. Das war mir so klar. Weil ich auch nicht zielen konnte. Warte, ich hasse das, wenn du kein Auto nehmen hast. Auch rein, Leute. Ja, ja. So, Clip beendet, so. Na dann, bis dann. Sollst du doch erwischt. Egal. Ich mache auch meine. Bis jetzt nächste Woche. Bis jetzt nächste Woche.